Frau Kismis ist ganz stolz, Ihnen den Primeur zu zeigen, den 5 Minuten Baum. Normal sollen Sie einen Baum ganz von unten nach oben aufbauen. Ich werde Ihnen zeigen, wie schnell der 5 Minuten Baum steht. Es ist ganz einfach, Sie öffnen den Schatten. Sie stellen den Fuß hin. Sie nehmen das unterteile Teil. Sie stecken den Fuß rein, sodass er stefig steht. Anschließend nehmen Sie den zweiten Teil. Sie laufen um den Baum, um zu sehen, ob der Zweifel gut fällt. Und im Schlott nehmen Sie den Spitzen. Ja, und der Baum ist fertig.